ja hallo hier ist Kai von Travel Camping Living und wie ihr seht soeben auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2019 angekommen und jetzt laufen wir ein bisschen durch die Gegend ja ihr Lieben heute ist Fachbesuchertag was Dirk da macht weiß ich auch nicht so genau das finden wir vielleicht noch raus aber noch ist es wunderschön leer es wird sich nachher noch füllen aber morgen geht es erst richtig los Samstag mit ersten offiziellen Tag da steppt hier der Bär der Co-Pilot nicht der bleibt im Wehen der hat Angst aber wir gucken jetzt mal in eine der Kastenwagenhallen und schauen was es so Neues gibt und wer sich nicht entscheiden kann ob Caravan oder Boot hier steht ein Caravan Boot das erfüllt beide Zwecke recht praktisch in die erste Halle reingelaufen zufällig gerade da angekommen wo Zottel herkommt nämlich bei Pössl Globe Car, Road Car und Clever bei Pössl stehen natürlich die Neuheiten rum die ich ja schon vorgestellt hatte in separaten Videos hier zum Beispiel der Trenta nicht in rot wie ich ihn gefilmt hatte sondern in diesem neuen Grauton ich muss sagen sieht eigentlich ganz schick aus hatte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt gefällt mir sogar ebenfalls steht hier der Summit 600 Prime Room auch schon gefilmt deswegen nur ein ganz kurzer Blick rein Kühlschrank immer noch an der Seite und innen das Design das ich ja schon im Detail vorgestellt hatte das Fahrzeug hier mit grau getönten Sitzen und auch ansonsten gibt es eine riesen Auswahl an Fahrzeugen auch der Summit 540 Prime steht hier rum das neue bei allen Prime Fahrzeugen Kühlschrank im Eingangsbereich und innen drin richtig schick gemacht das schöne umfasste Dachfenster und auch das Seitenfenster schick da kommt Pössl in ganz anderen Designbereich im Vergleich zu den Vorgängermodellen auch die Vario Fahrzeuge natürlich mit am Stand und der obligatorische Baum ebenfalls den Summit 540 der ja neu ist den gibt es nicht nur als Prime sondern natürlich auch als normales Modell auch in rot macht er keine schlechte Figur hat den Kühlschrank hier an der Seite aber ist von innen natürlich nicht ganz so schick oder sagen wir einfach anders als der Prime der Roadcruiser XL ebenfalls mit dabei in schönem Rot in dem Fahrzeug gibt es dann Kopffreiheit ohne Ende und on top extrem lange Heckbetten und da ich die ganzen Pössl Neuheiten ja mehr oder weniger schon gefilmt habe gehen wir weiter woanders hin bei clever steht immer noch ein großer Vogel aber es gibt jetzt clever auf VW Moment das sieht dann so aus mit Cabrio Feeling ein bisschen weiter gelaufen komme ich an einem Phantom vorbei auf VW ein bisschen weiter gelaufen komme ich an einem Phantom vorbei auf VW so ein klein wenig erinnert er mich ans A-Team an den Van von B.A. Barakos neulich erst noch in Slowenien jetzt hier auf der Messe mega mobil die haben natürlich die zwei Fahrzeuge mit dabei die ich schon gefilmt habe zum einen steht hier der Mega Vario rum 680 auf VW Crafter der hier 60 plus kostet und der Mega Reaktiv 680 in ähnlicher Preislage auf MAN kurzer Blick in den Mega Classic 600 von Mega Mobil geräumige Dinette Fächer da wo sie hingehören eine ziemlich schlanke Küchenzeile mit Ausziehbrett dabei dazu das bekannte Bad mit eigener Tür um Waschbecken und Toilette vor Wasser zu schützen und im Heck Querbetten überall wo man hin fasst an den Wänden und an der Decke Stoffbezug schönes samtiges Material fühlt sich gut an es sieht schön aus ja wie so häufig läuft man hier über die Messe und stolpert über Globe Traveller schauen wir mal was es da Neues gibt als erstes steht hier der Voyager X mit sehr schönem Holzinterieur Einzelsitzen an der Dinette verschiedbar der schönen Küchenzeile mit Abrundung und auch gut Platz Kühlschrank in angenehmer Höhe sehr viel Stauraum um rum und hinten dann ein Eckbett im großzügig gestalteten Bad Klappwaschbecken und schönes Design ganz oben dann das Dachfenster jetzt sind wir ja kurz durch den Voyager X durch jetzt zeige ich euch noch dediziert die Neuerungen im Einstiegsbereich gibt es jetzt eine Beleuchtung auch unter der Sitzbank Beleuchtung die neuen Sitze sind wie schon gesagt einzeln verstellbar und beheizt sehr cool auch Kleiderhaken zum rein und raus drücken und das auch im Heck simple aber gute Lösung das Badezimmer neue Einlegeboden und auch neu gemacht sehr schick und auch weiterhin mit dabei die schöne Schiebewand so dass man hier eine Zweiraumwohnung draus machen kann ebenfalls neu die Verankerung hier vom Bett bisher brauchte man da einen separaten Schlüssel der verloren gehen kann jetzt einfach Öse rausziehen drehen und das Bett kommt runter und dann gibt es hier eine große Liegefläche man kann das auch noch hier ausziehen und dann wird das richtig groß und auch der Zugang nach unten ist anders gemacht jetzt vor dem Badezimmer gibt es genau die gleiche Klappe da kommt man an die Technik und die gleichen Änderungen gibt es auch beim Voyager Z auch hier die Beleuchtung am Eingang unter der Sitzbank auch der Tisch ist neu und die Sitzbank eben beheizt mit verschiebbaren Sitzen oben drüber thront dann das Bett was man jetzt leichter runterklappen kann im Inneren macht das Fahrzeug einen Top Eindruck die Verarbeitung weiterhin auf sehr hohem Niveau wunderschön gestaltet designt gemacht Club Traveller weiterhin mit sehr schönen Fahrzeugen hier am Stand auf der Messe natürlich ist auch ein Bad dabei die Tür geht dabei schön ganz auf stößt hier maximal gegen die Matratze das ist gut und dann gibt es hier ein normales abgetrenntes Duschkabinchen daneben dann der Thron auch mit gut Platz oben drüber haben wir ein Dachfenster denn an der Seite haben wir keins und dann hier seitlich noch das Waschbecken in einer angenehmen Höhe und auf der Toilette lässt es sich gut sitzen auch wenn hier so ein bisschen der Schrank im Hinterkopf ist den sollte man auch im Hinterkopf behalten sonst tut es weh in der Dusche kann man sich bewegen wenn man hier mal zu macht gucke ich so gerade noch durch und hoch habe aber hier Platz um gut duschen zu können und sauber machen ist dann auch schnell einfach die Duschkabine kurz trocken reiben sehr schön gemacht auch der Frontbereich gefällt mir immer wieder schöne Sitze oben dann das Schlafgemach und hinten haben wir Längsbetten als Doppelbett sozusagen und auch der Platz unter dem Bett ihr seht das hier an den vielen Knöpfen das sind alles noch Fächer und Zugänge da gibt es noch gut Stauraum und wie ihr seht man kann den Bereich hier auch schließen mit einem Kissen dann wird das zu einem gesamten Doppelbett auch von draußen noch schön Stauraum mit Zugang sehr einfach im Heck ein bisschen verschachtelter Keller da muss man überlegen was man einräumt aber grundsätzlich viel Platz linksseitig dann das Fach für eine Gasflasche und durch die hoch schwingende Klappe kann man auch trocken einladen das wäre was für mich regnet ja häufig verbaut ist eine Truma Dieselheizung Außengasanschluss ja und natürlich trifft man hier auch viele Kollegen im Hintergrund hier der Camper Tobi wir haben uns noch nie getroffen jetzt ein kurzes Schwätzchen aber wir haben beide noch zu tun und machen weiter den Explorer Z gibt es jetzt auch als Krawallbruder mit Allradantrieb mit fetten Reifen und sehr hoch ist er auch von innen das altbekannte schöne Design schöner Küchenblock hinten die Längsbetten und mittig das Badezimmer und das macht wenig überraschend auch von innen einen schönen Eindruck mit Dachfenster da fühlt man sich sofort zu Hause nach Globe Traveller stehe ich jetzt bei Dreamer und da schauen wir uns mal Neuheiten an denn hey endlich mal neuer Grundriss wir haben hier den neuen D55 der steht hier als 6 Meter Fahrzeug mit 3,3 Tonnen von außen sieht man ihm jetzt nicht viel Besonderheiten an außer vorne raus das große Dach auch hier also jetzt am Start ja ich bin hier noch ein bisschen bei Dreamer auf dem Stand unterwegs und jetzt steht hier der Campervan XL noch rum Hochdach Hubbett gehen wir mal ganz kurz rein hat hier ein schönes umleuchtetes Fenster ausreichend großer Küchenblock mit schönem Gaskochfeld im Hintergrund hinten dann auch wieder das geteilte Bad rechts die Dusche links das WC und im Heck Querbetten und obenrum natürlich eine Menge Stauraum durch das Hochdach auch der große Kühlschrank ist hier wieder mit am Start ja und das Gasfeld schaut echt sehr schick aus vor allem auch wirklich schön ausgeleuchtet hier die Unterseite vom Hubbett das man mit einer Hand sehr leicht runter kriegt und wenn man es dann unten hat sieht das ungefähr so aus oben eine große Liegelandschaft und viel Platz allerdings nicht wirklich viel Fenster obenrum nur dann im hinteren Bereich des Bettes das normale Dachfenster über der Dinette und wenn das Bett runter gelassen ist kann man hier auch nicht mehr wirklich sitzen es sei denn man ist ein Kind für groß gewachsene Leute möglicherweise eine Option das war der Campervan XL von Dreamer in aller Kürze schauen wir mal weiter was es sonst noch so gibt ja jetzt habe ich mich hier ausgiebig bei Dreamer umgeschaut und ich glaube es ist Zeit weiterzuziehen denn gibt ja sicherlich auch noch was anderes interessantes jetzt habe ich es zu Westfalia geschafft wollte mir eigentlich den Big Nugget die Studie anschauen aber steht nicht bei Westfalia sondern bei Ford Halle 16 der kleine Nugget steht da und ein paar Gespenster stehen ja auch noch rum einmal hier auf der anderen Seite ebenfalls da gibt es noch ein paar Enthüllungen ja bei Knaus Weinsberg angekommen und auch hier stehen zwar normale Fahrzeuge rum aber auch ein Haufen Gespenster das ist nicht unbedingt hilfreich wenn man Fahrzeuge filmen will wenn sie noch verhüllt sind von Weinsberg und Knaus und den Gespenstern laufe ich weiter und stolper hier über Robeta und bei Robeta treffe ich auf den bekannten Dionysis den habe ich ja schon gefilmt da gibt es ein separates Video besonders diesmal er hat ein zweites Stockwerk bekommen ein Zeltdach oben drauf und wer diese Leiter erklimmt der hat dann nicht nur ein Dachzelt sondern sicherlich auch einen Überblick über alles und jeden egal ob er frei steht oder auf dem Campingplatz ist ja ihn hier kennt ihr den haben wir letztes Wochenende in Vogesen getroffen Eugen von Robeta Servus und er hat mir jetzt gerade hier noch erzählt zu dem Hochdach elektrisch auf und zu klappbar Liegemaße 2 Meter auf 1,30 Meter Solar ist verbaut USB USB ist verbaut Nein, Innenlicht und Licht hat das Ding auch noch also ja und ich versuche da jetzt mal hoch zu klettern und gebe dem Eugen die Kamera und er filmt dann wie ich runterfalle genau also ich wage es das wirkt stabil man kommt hier gut hoch ja und hat dann hier eine große Fläche steigt hier rein und hat einen richtig geilen Blick der Eugen gibt mir jetzt die Kamera hoch dann zeige ich euch das jetzt der Ausblick ist schon geil das ist quasi als würdet ihr Drohne fliegen ihr überblickt alles in so einem Zelt wird es ja gerne mal ein bisschen wärmer deswegen an allen Seiten Öffnungen ich habe jetzt hier diese mal aufgemacht auch mit Fliegenglitter man wird also nicht gefressen wenn man lüftet hinter mir die gleiche Konstellation und rechts auch und das macht mal einen richtig coolen Eindruck hier oben echt geil mit 2 Meter Liegefläche ich mache es jetzt nicht vor ich bin 1,80 aber ich liege hier gut das sehe ich jetzt schon weiche Matratze sehr geil also und schon allein für den Blick ist es das wert natürlich kriegst du dann wenn du das auf dein Auto baust ein sehr hohes Auto jetzt muss ich hier irgendwie wieder runter kommen mit Kamera und Mikrofon und gucken wir mal ob ich jetzt runterfalle man sollte beim runterklettern beachten dass man die Leiter trifft sonst geht es nämlich im freien Fall runter was dann nicht ganz so prickelnd ist und befestigt ist das Ganze auf einem Alu-Gestänge mit einem normalen Thule Dachträger also nicht wirklich Rocket Signs sondern sehr simpel ja das Dach oben 50 Kilo passt eigentlich auf jedes Auto drauf so Eugen klappt das jetzt mal kurz zusammen dann wird die vordere Front geschlossen und dann seht ihr jetzt schon von der linken Seite klappt sich das elektrisch rein das dauert jetzt ein Momentchen ich lasse das mal in Zeitraffer ablaufen aber als Camper ist man ja nicht auf der Flucht also die Zeit hat man und dann klappt sich das von der linken Seite ein und dann Dach drauf gut ist und alles über Fernbedienung nix manuelles schön übersichtlich sind hier auch die verschiedenen Farben und Ausstattungsvarianten angebracht man kann da relativ gut viel miteinander mischen ja bei Robeta haben wir uns jetzt schön umgeschaut Dachzelt geguckt und den Helios angeguckt jetzt laufen wir noch weiter mal sehen was uns sonst noch so über den Weg rollt und läuft und steht ja da schauen wir an auch Malibu ist logischerweise mit dabei auf dem Stand angekommen ganz schön umtriebig schon für einen Fachbesuchertag und hier finde ich eigentlich auch schon das Objekt der Begierde Charming Coupé 640 LE da musst du auch dreimal hingucken dass du den Namen merken kannst aber ich glaube den gucke ich mir mal kurz an ja von außen fällt das schon mal auf der hat kein Panoramadach oder wie auch immer das heißt vorne raus sondern wir gehen da mal jetzt so ein bisschen drauf zu und rein der hat vorne einfach kein Fach dafür hoch entlang gezogene Fächer und mehr Deckenfreiheit somit haben wir jetzt hier keine rein brennende Sonne aber dafür auch viel Platz vorne über dem Kopf im Cockpit ja und so sieht das dann aus man hat hier wirklich massiv viel Platz sehr angenehm keine Sonne die rein bretzelt dafür aber halt auch hier nicht das schöne große Fach das für mich persönlich sehr wichtig ist das ich nicht vermissen wollte man muss halt sich entscheiden was man will der Kompromiss wieder mal ja machen wir noch einen kurzen Schwenk durch das Fahrzeug sieht aufgeräumt schön aus Materialien braun weiß grau gehalten Badezimmer mit Schiebetoilette Eckwaschbecken und Spiegelschrank oben drüber im Heck lange Betten und viel Stauraum rückenfreundlich angebrachter Kühlschrank die Küche ja sollte nicht kürzer sein als sie so ist was mir wiederum sehr gut gefällt ist das Brett hier ebenerdig so geht das liebe andere Hersteller und dazu ist das ganze auch noch saustabil und im Keller gibt es noch eine Unterteilung die man ganz leicht rausnehmen kann die ist nämlich nur gelegt aber gut arretiert so dass man das vordere wie auch das hintere Brett sehr schnell rauskriegt wenn man es nicht braucht ansonsten praktisch braucht man nicht bauen wenn man nicht will auch die Gasflaschen leicht zugänglich von hinten ohne dass man den Keller ausräumen muss das war der Kurzdurchgang durch den Coupé das neue Modell jetzt gehen wir mal weiter und jetzt gehe ich mal schauen ob ich Ford finde denn da gibt es noch was vom Nugget ja da schauen wir haben Ford gefunden Halle 16 und wo ist jetzt der Big Nugget seht ihr ihn? Ich nicht ja einmal über den Stand gelaufen und dann drüber gestolpert auf Ford Transit steht hier der Big Nugget und ziemlich gut was los du kannst eine Nummer ziehen ja ich habe mich vom Ford weg bewegt sitze jetzt hier mit einer komischen Maske auf ich hatte keine Schlägerei und bräuchte eine Kühlmaske sondern ich sitze bei der Erwin Hymer Group jetzt mal was anderes und hier erfahre ich jetzt gleich ein bisschen was über 3D Experience was genau? Genau es gibt einen Sprung in die Zukunft wir haben eine VR Welt erschaffen wo man autonomes Fahren kennenlernen kann und erfahren kann und das haben wir jetzt hier in 3D umgesetzt und man kann in diesem schönen Kuppelbau dann jetzt gleich einmal die Zukunft sehen das wird cool und ich sehe das und erlebt das und ein Kollege hier filmt bei Pössl steht immer noch ein großer Pössl? bei Clever steht immer noch ein großer Vogel und oben dann das Schlafgemach oben dann das Schlafgemach Bis zum nächsten Mal.